Und jetzt mal die Frage, wer von euch hatte das Problem schon mal, dass irgendwas nicht out of the box funktioniert hat, wenn er was angestöpselt hat. Okay, ein paar Handmeldungen gibt es. So ging es auch unserem nächsten Sprecher. Und von seiner Lösung zu seinen Problemen erzählt er in seinem nächsten Talk. Bitte begrüßt mit mir Balou zu Wie aus einer Wette ein Kiosk-System für ein Westby wurde. Ja, guten Morgen zusammen. Ich weiß sehr zu schätzen, dass ihr es hier hingeschafft habt. Ich war selber bis gestern Abend um zwei hier auf dem Kongress. Ich weiß, wie hart das ist, morgens aus dem Bett zu fallen. So, bringen wir es mal los. Also prinzipiell ging es darum, dass wir unsere Netzwerkstrukturen über ein Tool überwachten, das heißt Nagios, bzw. Checkmk. Und mein Chef wollte gerne das auf etwas größeren Fernsehern bei uns in der Abteilung, die entsprechenden Netzwerk-Kennzahlen zu lesen sind, sodass man relativ schnell sehen kann, wo Probleme sind und da eingreifen kann. Die Idee war, dass wir von diesem Fernseher den Browser benutzen, der eingebaut ist, um diese Seiten darzustellen. Ist eigentlich nicht viel groß kompliziert. Das ist ein ganz normaler HTML5-Seiten. Und dieses Ding war leider nicht in der Lage, unfallfrei diese Seiten darzustellen, bzw. hatten wir Probleme beim Refresh und so weiter. Dann kam mein Chef auf die Idee, dann schließen wir halt den PC an. Ist ja nichts anderes als ein Monitor. Und er wollte halt unseren Standardrechner nehmen. Das ist in der Regel ein Tiny von Lenovo, die relativ teuer sind. Auf die Sachen, Details gehe ich gleich noch ein bisschen weiter ein. Und ich habe Ihnen dann vorgeschlagen, dass wir das einfache Darstellen einer Webseite nicht zwingend mit einem 1000 Euro teuren PC lösen müssen, der einfach dann nur hinter den Fernseher geschraubt wird und davor sich hinstaubt, sondern dass man das Ganze auch relativ preisgünstig auch über den Raspi machen kann. Ich habe mich dann ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ja, das kriege ich ja sogar mit einem Raspberry Zero hin. In Anführungsstrichen, das ist die kleinstmögliche Variante, die man vom Raspi kriegen kann, mit einem Core und maximal 1000 MHz Taktfrequenz. Und habe dann halt versucht, auf dem Raspi dieses System so gut wie möglich dann anzulaufen zu kriegen. So, wie ihr seht, links der Raspi, rechts der Lenovo Sync Center. Ich habe dann, ich sage da mal so Mission Accomplished. So, ich habe ganz kurz hier die technischen Unterschiede ein bisschen dargestellt. Der Raspi ist natürlich von der Größe her viel kleiner. Er besteht im Gegensatz zum M910 nur aus einem Sock, also einem BCM2835 mit dem Amphar 6 Kern, hat nur einen Kern im Gegensatz zu vier Kernen. Der CPU-Takt ist 1000 MHz. Ich habe extra MHz geschrieben, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und der Intel hat eine maximale Taktfrequenz von 3,8 GHz, wenn er voll ausgelöstet wird. Der Raspi hat gerade mal 5 von 12 MB Hauptspeicher. Der Tiny wird bei uns standardmäßig mit mindestens 16 GB Hauptspeicher geordert. USB-Speicher hat er genau einmal USB 2.0 gegenüber 6 USB 3.1. Beim Audio ist es genauso. Der Sack auf dem Raspberry ist auch für die Soundausgabe zuständig. Der Lenovo arbeitet noch mit dem Realtek-Chip. Hier haben wir mal etwas, was eigentlich gegen den Raspi spricht, weil er hat keine direkte Netzwerkkarte, während der Intel eine hat. Aber dafür hat er ein eingebautes WLAN, zumindest in der Variante Zero W. Die ist, ich glaube, vorhin, ja, oder so rausgekommen. Hat zusätzlich dann WLAN und Bluetooth mit an Bord. Mit sowas schicke kann der Lenovo nicht punkten. Und zusätzlich, damit man noch ein bisschen basteln kann, hat der Raspi ja diese schicke GPIO-Leiste, mit der man Sachen machen kann. Übrigens, für die Leute, die sich keine Größe machen von der Größe, ich habe ja da mal meinen mitgebracht. Also viel mehr ist es nicht. Damit die Leute, die sich nicht so damit auskennen, habe ich noch ein bisschen ein Sketch gemacht, woraus die wichtigsten Sachen des Raspi bestehen. Ja, das hier ist übrigens die berühmte Himbeere, das eigentliche Zeichen von Raspi, das unter dem man auch dann meistens die ganzen, auf die Werbung und so weiter fällen kann. Hier haben wir die CPU, schräg dich GPIO, den SOC System on the Chip, den Broadcom BCM 2835 mit 512 MB SD-Rahmen. Hier kommt dann die SD-Karte rein, wo man dann das Betriebssystem aufspielen kann, mit dem man den Raspi dann ins Rennen bekommt. Zusätzlich hat er natürlich noch eine Ausgabe-Einheit, HDMI-Out. Und hier hinten sind noch zwei Micro-USB-Buchsen, wobei die rechte nur zur Stromversorgung dient, während die mittlere hier noch einen echten USB 2.0-Port darstellt. Das ist zwar nur in der Mikro-Ausführung, aber man kann ja schon relativ viel mitmachen. Hier gibt es noch eine kleine Lampe für ACT, sodass man sehen kann, der Strom ist an. Da vielleicht nicht jeder weiß, was der Raspberry Pi ist, habe ich noch kurz ein paar Worte zu verlieren über die Raspberry Pi Foundation. Die wurde gegründet, um die sinkende Anzahl an IT-Studenten an der Universität Cambridge, sowie deren immer geringere Programmierkenntnisse zu verbessern. Es gab also Professoren, die haben gemerkt, auch scheiße, die Leute kommen zu unserer Uni und sind zwar in der Lage, ein Smartphone zu bedienen, verstehen aber nicht die Sachen oder die Hintergründe dahinter und haben auch kein Interesse daran, sich da ein bisschen einzulesen und entsprechend dann auch in die Details zu gehen. Außerdem ist es ja so, wenn man zu Hause einen vernünftigen PC hat, also wenn ich Vater wäre, würde ich meinem Kleinen nicht einen Schraubenzieher in die Hand drücken und würde sagen, pass auf, hier, kein Problem, 2000 Euro Notebook, schraubt ihr mal auf und guckt mal nach, wie die Komponenten so aussehen. Und deswegen wollten sie halt einen Computer machen, der preiswert ist, mit dem man experimentieren kann, wo man auch wirklich mal die Hardware im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann und sehen kann, wo was so ist, was Eingänge sind, was Ausgänge sind und so weiter. So, Namensgebung Logo, das Logo habt ihr ja gerade eben auf der Platine gesehen. Der Name wird wie Raspberry Pi ausgesprochen. Das ist das englische Wort für Himbeerkuchen. Ich persönlich mag eigentlich keine Himbeeren, aber trotzdem bin ich ein großer Fan von Raspberry. Die Himbeere knüpft an die Tradition an, Computern nach Früchten zu benennen. Jeder von euch kennt Apple oder die Jungs, die ein bisschen älter sind, so wie ich, kennen vielleicht auch noch Archon. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal den etwas leistungsstiegigeren Kumpel von Raspberry Pi, Banana Pi gehört. Das Pi steht eigentlich für Python Interpreter. Das heißt, früher in den 80er Jahren, ich weiß, Opa erzählt vom Krieg, war es so, dass, wenn wir einen Rechner angemacht haben, hatten wir dann im Endeffekt nicht so etwas wie ein Betriebssystem, sondern wir sind im Endeffekt direkt in irgendeiner Programmiersprache gelandet. Bei mir, beim C64, war es das berühmte Commodore Basic. Und in der Tradition haben sie halt auch dann eigentlich den Pi bauen wollen, so dass er halt im Endeffekt direkt mit Preisen chartet, so dass die Leute das Programmieren da lernen können. Hinter dieser Organisation, so andersrum, hinter dem Raspberry Pi stehen zwei Organisationen. Die Raspberry Pi Foundation, das ist eine Stiftung, die in Großbritannien als Wohltätigkeitsorganisation eingetragen ist. Und die Herstellung und der Vertrieb wird von der Raspberry Pi Trading geleitet, die aber auch sämtliche Gewinne, die über den Verkauf der Hardware oder über Lizenzierung von Büchern und so weiter gemacht werden, an die Raspberry Pi Foundation wieder ausschüttet, so dass diese auch Projekte leisten kann, wie zum Beispiel irgendwelche Schulen mit Klassensätzen von Pi's oder mit Bastelsets oder so auszustatten. So, jetzt komme ich eigentlich zu der eigentlichen Projektdurchführung. Erstmal war für mich halt wichtig die Auswahl des richtigen Betriebssystems, dann der Auswahl der Browser und Einrichtung des Browsers als Kiosk-System. So, Auswahl des Betriebssystems. Also beim Raspberry Pi ist es nicht schwierig, da kommt eigentlich in meiner Regel immer ein Raspian mit. Das packt man sich dann mal eben schnell auf eine SD-Karte, bootet das Ding. Grafische Benutzeroberfläche, wunderbar. Ich habe dann mal den Fehler gemacht, auf einem Raspberry Pi, also auf dem Silo, den Chromium zu starten und bin dann leider darauf ausgekommen, dass das Ding leider 100% Prozessorlast hatte. Ich habe gedacht, okay, der ist nicht so leistungsfähig, gibst du ihm eine Chance. Ich habe gedacht, geht ja einen Kaffee holen. Kaffee geholt, ich komme wieder. Immer noch 100% CPU-Auslastung. Es war ungefähr so kurz vor zwölf. Ich dachte, okay, gehst du in die Mittagspause. Wenn du wiederkommst, guckst du nochmal drauf. Ich bin dann aus der Mittagspause gekommen, habe dann gesehen, so, Mist, immer noch 100% Prozessorauslastung. Das kann es also leider nicht sein. Das heißt, so einfach, wie ich es mir machen wollte, war es dann leider auch nicht. Und im Endeffekt gibt es zum Glück vom Raspberry Pi das sogenannte Raspbian Lite. Das ist im Endeffekt Debian, also ein Linux-Unterbau. Für die ist dann noch die diversesten grafischen Oberflächen beschlebt, die RDP, das ist wie gesagt beim Raspbian Original dabei, dem LXDE und dem EXIF CE. Ich habe deswegen nur diese drei getestet. Es gibt natürlich noch Mate, es gibt Argos und so weiter. Aber ich brauchte ja für meinen Pi, der nicht wirklich viel Luft nach oben hat, halt ein Betriebssystem beziehungsweise eine Oberfläche, die möglichst ressourcenschonend umgeht. Und XFCE ist zwar der, sag ich mal, grafisch etwas ansprechendere Teil, aber LXDE ist halt wirklich auf Ressourcenschonend getrimmt und holt wirklich die maximale, sag ich mal, grafische Kapazität raus. So. And the winner is LXDE Desktop. Wie ihr sehen könnt, habe ich nach ein bisschen rumgefrickelt es geschafft, das Ding nach einem ganz normalen Boot mit der CPU-Auslastung von maximal 7% zu betreiben. Und nach Speicherbenutzung von nicht mal 100 Megabyte. Das ist, finde ich, für eine grafische Oberfläche schon ganz ordentlich. Vor allen Dingen war das eine Basis, auf der man noch arbeiten konnte. Sprich, wenn man jetzt ein oder zwei Seiten im Browser aufruft, habe ich zwar vielleicht noch mal 200, 300 Megabyte vom Hauptspeicher weg, aber die CPU-Auslastung ist in der Basis noch so niedrig, dass man noch vernünftig damit arbeiten konnte. So. Die Auswahl des richtigen Browsers. Ja, das war auch noch mal so nett. Und zwar gibt es für die meisten Links-Dispositionen ist mittlerweile klar, dass Chromium eigentlich als Standardbrowser mit an Bord ist. Aber Chromium hat eigentlich den Nachteil, es ist halt ein Browser, der normalerweise für relativ fette Desktop-Systeme entwickelt wurde und da auch entsprechend nicht wirklich ressourcenschonend umgeht. Für den Pi gibt es noch zwei andere Browser, die da interessant sind oder interessant sein könnten. Das ist der Epiphany beziehungsweise der Midori. Bei beiden ist ein bisschen das Problem, dass die nicht mehr so wirklich aktiv weiterentwickelt werden. Sprich, die ganz neuen Spielereien sind für die Webkit und so weiter sind bei diesen Browsern halt leider nicht mehr so hundertprozentig supported. Man hat halt dann immer wieder das Problem, dass Webseiten nicht so reagieren, wie sie sollen oder dass sie auch einfach mal abstürzen, was natürlich für ein Kiosk-System, so wie ich es mir vorgestellt habe, ziemlich schlecht ist, wenn dann auf einmal der Rechner irgendwie mal hängen bleibt und man dann zwei Mal am Tag hingehen muss und Strom rein, Strom raus. Ich weiß, wenn ich tue Reboot, ist halt schon eine gute Sache, aber nicht drei, vier Mal am Tag. So. Ja, ich habe dann, wie gesagt, die Test ist abgeschlossen und die Entscheidung ist dann für den Chromium-Browser gefallen. Mein Problem am P0 ist halt, Chromium ist zwar ein guter Browser an sich, auch top aktuell, wird daran weiterentwickelt, aber er ist halt echt ein Ressourcenfresser. Unterstützt aber alle modernen Web-Standards und wird auch aktiv immer wieder weiterentwickelt. Wie gesagt, Midori, Epiphany, da sieht es im Moment leider nicht so aus, als ob sich da wirklich noch entscheidend was tun würde. So. Dann war das für mich soweit klar, es muss dann halt nur noch eingerichtet werden, wie man es macht. Und zwar habe ich mich für folgenden Weg entschieden. Es gibt die Datei RC-Local. Um ein Befehl oder ein Programm auszuführen, wenn der P bootet, könnt ihr die Datei RC-Local benutzen. Das ist besonders nützlich, wenn der P-Headless betrieben wird, also wenn er wirklich nur ein Programm starten soll, wie zum Beispiel ein Kiosk-System oder irgendwie eine automatische Waage oder so, die einfach nur die Gewichte anzeigen soll und man einfach nur das Ding anschließt, so nach dem Motto Fire and Forget. So. Und das Programm ohne Konfiguration oder ohne manuellen Start ausgeführt werden soll halt. So. Die Einrichtung für Chromium im Autostart ist ganz klassisch. Halsudo, Nano. Okay, ich benutze Nano, ich bin nicht so der, der sich gerne Kast teilt mit irgendwelchen super fiesen kleinen Editoren. und ihr packt einfach unterhalb von Exit 0 folgende Befehlsteile rein. Chromium Browser, no Sandbox, no First Run, Windows Size, ist klar, entsprechend der Auflösung angepasst, die das Display haben sollte, mit dem ihr arbeitet. No Error Dialogs, Start Fullscreen, auch immer ganz wichtig. Start Maximized, Disable Notifications, Disable Infobars, Kiosk und Inkognito. Das sieht deswegen so ein bisschen abenteuerlich aus, weil der Chrom Browser auch gerne mal, wenn er abgewürgt wird, sprich, wenn man mal den Stecker zieht und den wieder reinsteckt, dann kommt erstmal eine lustige Seite so, ho, ich bin aber mal neu gestartet worden, bist du sicher, dass diese Webseite nicht wieder angezeigt werden soll, soll der Browser klisch gelegt werden oder sonst was und das will man beim Kiosk-System auch nicht wirklich. Und um diese ganzen Neustart-Fehlermeldungen und so weiter zu unterdrücken, muss ich mir halt liebevoll diese ganzen Befehle raussuchen, um dann nachher ein vernünftiges Fullscreen-Bild von dem hin zu bekommen, was dann zu sehen sein soll. Wichtig ist hier unten, wenn ihr das Problem habt, wie ich auch, weil unser Nagios braucht, damit man sich einladen kann, einen Username und ein Passwort, könnt ihr den Username, und das Passwort über das Ad der Nomine einfach mitgeben, sodass dann ein Autologin entstehen kann. Ist vielleicht unter Sicherheitsaspekten auch nicht so hundertprozentig toll, dass man jetzt einen Username und ein Passwort in der Textdatei hinterlässt, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass bei uns sich irgendeiner von den Anführungsstrichen Normalsterblichen hinstellt und anfängt, sich an meinem Raspberry Zero zu vergreifen und auszulesen, was wir denn für Passwort und so nehmen. Abgesehen davon ist der Account, den wir da genommen haben, natürlich nur so minimal, dass er gerade mal so ein bisschen was darf und sich die Sachen anzeigen lassen kann und natürlich keine administrativen Rechte hat. Hier für euch noch mal so in schön die Zeile, die wir unten im Nano eingetragen haben, so sollte es halt im Idealfall aussehen. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich euch jetzt nicht ein echtes Bild von unserer Nagios-Auswertung zeigen kann, weil dann würdet ihr Sachen sehen wie unsere IP-Adressen, die Carrier und so weiter und ich wollte die Leute halt nicht direkt auf mein Heimatsystem einladen um zu gucken, ob das alles so stimmt, was ich so gesagt habe. Aber ihr könnt halt hier ungefähr schon sehen, so sieht eine Nagios-Seite aus und so ist dann entsprechend auch der Aufbau, der bei uns dann besteht, so dass man sehen kann, hier zeigt das Kreuz, okay, da ist was faul, sprich, du solltest dir mal diesen Switch angucken und eventuell mal neu starten oder gucken, was da auf den Ports los ist. Hier die zwei grünen Haken sagen zum Beispiel hier Wireless-Router, alles gut, kannst dich wieder schlafen legen. So, das war eigentlich schon so im Großen und Ganzen mein Vortrag. Ich danke euch, dass ihr es um diese frühe Stunde hier geschafft habt, hier hinzukommen, bei mir zuzuhören und ich wünsche euch noch viel Spaß auf dem restlichen Kongress und hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch noch auf dem nächsten 63 C3 auch mal wieder zu Gesicht bekomme. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen, dazu könnt ihr euch an die beiden Mikrofone positionieren. Da drüben haben wir die erste Frage. Können wir das Mikrofon anschalten? jetzt da. Danke. Servus. Danke für den Vortrag. Ich habe nur eine Frage tatsächlich, wenn du eh nur ein Programm anzeigen willst, warum dann überhaupt ein Window-Manager? Ja, die Idee war erst mal, dass wir es halt mit einem Window-Manager dazu benutzen, um noch diverse andere Seiten anzuzeigen und das ist jetzt quasi sozusagen ein Beifang gewesen, um halt abzuchecken. Theoretisch könnte ich den Chromium auch direkt nur im ersten Local starten, ohne großartig irgendwelche Window-Manager benutzen zu können. Da hast du recht. Danke. Vielen Dank. Es gibt eine Frage aus dem Internet. Ja, nicht aus dem Internet, aber eine Antwort zu der Frage eben und zwar hat Chromium ein Problem damit, seine eigene Fenstergröße zu ändern, wenn kein Window-Manager läuft. Das habe ich nicht selber erfahren, ein einfacher E3 oder sowas und dann kann man Chrom auch ohne Probleme auf Vollscreen gehen. Ohne geht nicht. Okay, vielen Dank dafür. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Dann gibt es von mir noch eine Frage. Was gab es denn für die gewonnene Wette? Die gewonnene Wette war, dass ich jetzt quasi mit den Raspberrys alle Fernseher bei uns in der Firma mit Linus ausstatten durfte, obwohl mein Chef halt echt ein Windows-Fanatiker ist und zugeben musste, so schlecht ist es nicht. Ich hatte ja noch nebenbei erwähnt, es ging darum, also meinem Chef zumindest, dass wir die Dinge auch administrieren können und deswegen muss ich ihm halt auch erstmal glaubhaft versichern, dass man über SSH beziehungsweise zur Not auch VNC ein Linus-System ziemlich gut remote noch warten kann und nicht zwingend dann dauernd da hinlaufen muss und sich eine Maus nehmen muss und eine Tastatur anschließen muss und so weiter. Das kommt halt entsprechend noch dazu. Vielen Dank, das ist doch schon mal was. Viel Applaus für Baloo. Vielen Dank.